Vom 30. August bis 1. September feierten die Sangehäuser und ihre Gäste das nunmehr 28. Kobermännchenfest. Der ganze Bereich vom Marktplatz bis zum Bahnhof lockte mit vielfältigen Angeboten für alle Altersklassen und jeden Geschmack. In diesem Jahr gab es sogar zwei Bühnen und an verschiedenen Orten traten auch wieder Künstler auf. Auf der Marktbühne war es zum Beispiel Hardy mit seinem Ostrock. Eisern haben wir viel gewagt, Eisern haben wir viel erreicht, Eisern für alle Ewigkeit, Eisern für alle Ewigkeit. Dort fand auch die offizielle Eröffnung des Kobermännchenfestes statt. Neben Oberbürgermeister Thorsten Speiger und Marco Dauer, dem Vorsitzenden des Gewerbevereins Sangerhausen e.V., versammelten sich Ausrichter Sven Heck und mit Herrn Wüstemann als Geschäftsführer der Stadtwerke Sangerhausen und Herrn Ehr als Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Mannsfeld Südharz, Vertreter der Hauptsponsoren des Festes, die dieses mit ihrem Einsatz erst möglich machten. Herr Speiger begrüßte alle Anwesenden zum diesjährigen Kobermännchenfest, bedankte sich bei allen Unterstützern, gab jedem eine Gelegenheit zu einem kurzen Grußwort und reichte das Mikrofon schließlich an Steffen Rüdiger weiter, langjähriger Darsteller des Kobermännchens. Und dieser Sagengestalt wurde eine besondere Ehre zuteil. Ich freue mich trotzdem, dass so viele Sangerhäuser und Sangerhäuserinnen, muss man heute sagen, ja, doch heute hier da sind. Ich bin froh, dass wir dieses Fest jedes Jahr feiern können. Wir können, ich könnte jetzt sagen, okay, danke, 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 danke. Ich sage einfach nur einmal Danke an alle, die hier oben sind. Und ich möchte eines, das liegt mir ganz doll am Herzen, lasst uns friedlich feiern. Und ich erkläre hiermit unser Stadtfest eröffnet. Und damit war Gelegenheit für alle Besucherinnen und Besuchern, in die Welt des Kobermännchenfestes einzutauchen. Seien es die vielen unterschiedlichen Händleraktionen, von Modenschauen bis zu den unterschiedlichsten Gewinnspielen, allerlei lokallischen Highlights oder auch bei den Getränken, die Spannbreite vom Angebot des Weindorfes bis zum Whisky-Tasting. Da war buchstäblich für jeden und jede was dabei. Nicht zu vergessen, die Musikaufführungen an den unterschiedlichsten Stellen und auch an die jüngsten war gedacht. Schließlich gab es ja auch das eine oder andere Fahrgeschäft und unterschiedliche Vereine präsentierten sich in der kühlischen Straße, wie es Tradition ist. Ein fester Bestandteil des Kobermännchenfestes ist die Blaulichtmeile auf dem Bahnhofsvorplatz. Dort präsentierten sich die unterschiedlichsten Organisationen, die Feuerwehrfahrt vor Ort, der THW Ortsverband Sangerhausen oder die DLRG, um nur einige zu nennen. Gelegenheit für die Besucher und Besucherinnen, wichtige Informationen über diese im Zweifelsfall lebenswichtigen Organisationen zu erhalten und allerlei Aktionen, Spiele und Ähnliches waren vorbereitet. Koberbürgermeister Thorsten Schweiger startete von dort einen kleinen Rundgang über das Kobermännchenfest. Begleitet wurde er unter anderem von der Rosenprinzessin Geraldine I., Frau Griesing, Schatzmeisterin des Gewerbevereins, Herrn Wüstewarengeschäftsführer der Sangerhäuser Stadtwerke, Herrn Neha, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse. Und nicht zu vergessen, das Kobermännchen. Doch kurz bevor es losging, wurde Herr Schweiger vom Ortsbeauftragten des THWs, Herrn Scholze, auf die Bühne gebeten. Ich möchte an dieser Stelle natürlich alle begrüßen, alle Einheimischen, alle Bürger, alle Sangerhäuserinnen, alle Sangerhäuser und natürlich die Gäste. Wir haben heute hier die Eröffnung des Rundgangs in der Blaulichtmeile und das machen wir nicht umsonst, denn ich möchte allen, die hier in der Blaulichtmeile einfach mal da sind, auch zurufen, wir sind an eurer Seite und das werden wir auch zukünftig weiter sein. Ich denke, die Wichtigkeit ist heute schon genannt worden, jeder mag sich nur vorstellen, wie es wäre, wenn er Hilfe braucht und keiner kommt. Ich denke, dann sieht man auch, wie viel hier geleistet wird und ich will an dieser Stelle auch mal deutlich sagen, auch Dank an die Partner und Partnerinnen unserer Helfer, denn die müssen auch viel aushalten an dieser Stelle und da auch viel Entbehrung entgegennehmen. Insofern auch von mir an dieser Stelle einfach noch mal Dank an alle, die sich an diesem schönen Fest beteiligen. Danke an den Gewerbeverein als Veranstalter, danke an Herrn Heck als Ausrichter und natürlich an die Unterstützung. Das haben wir schon gehört, die Sparkasse und die Stadtwerke sind langjährige, gute Partner für uns an dieser Stelle. Danke auch noch mal dafür und ich hoffe natürlich, dass ihr auch in Zukunft an unserer Seite seid. Ja, und ich freue mich ganz besonders, ja auch vielleicht schon zwei Kultfiguren, will ich es mal so nennen, zu begrüßen, das Kobermännchen. Danke, dass du mit uns auch den Rundgang machst und natürlich die charmante Begleitung für uns, die Rosenprinzessin Geraldine I. Das, denke ich mal, ist vielleicht auch ein kleiner Applaus für die Teilnehmerwerke. Vielen Dank. Aber dann machte sich die kleine Gesellschaft auf den Weg zu einem Grundgang über das diesjährige Kobermännchenfest in Sangerhausen. Gelegenheit hautnah alles in Augenschein zu nehmen und gleichzeitig natürlich auch ganz nah bei den Leuten zu sein, die dieses Fest als ihr Altstadtfest auch in diesem Jahr sünftig feierten. Hmm.